So, das Scheiterhaufen begreben. Wir sollen irgendwelche Leute, die im Schlachtfeld gefallen sind, mit Öl übergießen und anzünden. Kann ich den? Ah, mit Tab. Alles klar, das ist das große Ziel. Und irgendwie kann ich doch jetzt auch das andere Ziel auswählen. Und da ist ein Pfau. Nee, auch nicht. Ja, das Schlachtfeld hat ja noch Zeit. Wir rennen jetzt erstmal zum gelben Kreis, unserem Hauptziel weiter. Hier kommt auch Stimmung auf. Was ist denn hier wieder los? Ah, da ist die Pferdepanik komplett. Können wir hier nicht einen hilflosen Willen lassen? Wenn sie kommen, werde ich sie töten. In der Zwischenzeit, das ist du und ich, Chad. Ich würde wissen, wer ich unterteile. Ja, zum Glück haben sie nicht gestopft. Hm, 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 hm. Fine, ich helfe. Oh, danke. Da für ein Minute war ich mir wohl sicher, dass du mir zu sterben lässt. Ich würde gerne dir mal zu bedanken, aber ich habe kein Schicksal. Du bist starb. Ich werde das Zoll anzen. Was? Danke, Witcher. Was war der Scheiß denn? Ich wollte Gold oder sowas? Na gut, 25 Erfahrungspunkte besser als nichts, was? Noch mehr von diesen Viechern. Ich weiß gar nicht, lohnt sich das hier alles zu bekämpfen und zu leveln? Den guten alten Diablo zum Beispiel? Der Korks ist der Fall. Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Wanna talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. Cheers. You gotta go. I'll open the back way for you. Haven't finished my drink yet. Innkeep. Vodka. Who's this? Brave warrior looks like. Got two swords, see? Hey, great boy. What's the point of having two swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking death. Gonna say who you are? Or do I need to lose your tongue with my knife? How about I buy everybody around? Why would you? I got the coin for it. Simple as that. But don't drink with strangers. If we share around, it won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? Is it just me or is that none of your fucking business? Haha, kramp. I must be hearing things. You ain't. He meant to insult. I'll have to kill him then. Ta-da. 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 Hä, warum berichtest du meinen Charakter hier nicht? Hä? Okay. Jetzt müssen wir eben aus der Ecke raus. Irgendwie berichtest du den Charakter nicht? So. Da hat man auch Platz zum Kämpfen. So. Da hat man auch Platz zum Kämpfen. Da hat man auch Platz zum Kämpfen. Where's Hendrik? You deaf! Understand what I'm saying? Baron won't let this stand! Calm down. Your Baron's no idiot. Seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements. Now where's Hendrik? Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning and saw a strange glow. Imperial's on the raid perhaps. But who knows. Anything else you can tell me about Hendrik? Oddfellow. Arroyed from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye. And he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Inkeep. Go out the back. More of the Baron's men in the village. No need to worry about me. I'd rather you not make any more trouble for yourself. For us both. Further, in the city. Now what? I'm getting up. Yeah, yeah. I feel like we're gonna予er. you know? No need to eat. I'm doing well. I'm doing well. Yeah, you can't get it. Ja gut, vielleicht sind die doch ein wenig stark Müssen wir hier nochmal ansetzen So, wir befinden uns immer noch in der Schlacht gegen diese fürchterlichen Banditen Ich habe jetzt allerdings echt wenig Verpflegung noch bei mir Einen Apfel kann ich essen Versuchen meine Energie wieder herzustellen Eieiei, da sind wir aber schon zu schnell dran Dachte ich hätte hier noch ein wenig mehr Zeit Sollt ihr hinten aus der Tür raus geben Aber ihr wisst ja wie das ist Schnell noch Brot snacken So einfach im Kampf Lecker Oh, ich glaube der hat eine Armbrust, ne? Äh, beschädigte Gegenstände Ja, wahrscheinlich mein Schwert So, da hätten wir doch mal dafür gesorgt Äh, dass hier wieder Ruhe und Frieden im Ort ist Baumwolle, genau Was jeder Krieger braucht Das war doch mal nachgucken Um Plötze, wo bist du? Pferd, ja Eindeutig, aber wo ist meins? Ach, da ist auch hier Ah, ist das hier Ah, ernsthaft? Das ist Äh, anzünden Ach, aber romantisch So, plötzlich ist hier Äh, total zugeparkt worden Von den Panditen Und ja auch Eindeutig, die Panditen Man sieht hier Keine rauskommen Ah, ich glaube das ist das Arschloch, Pferde So, jetzt hätten wir es aber Ja, unser Navi scheint bei dem Wetter hier, äh, von Grundschwierigkeiten zu haben Äh, wie soll ich denn hier runter? Äh, macht mein Pferd auch wieder nicht mit Weiß gar nicht, ob wir den Greifen auch gestanden hätten vorher abgeben müssen So, wohlfühl ich mich hier gerade nicht, muss ich sagen Not so fast, Roach That's it, Roach Das sieht aber schon echt unruhig aus, das ganze Wetter hier Vorliegen über uns, äh, der Mond Vor uns die Sonne Was hat zum Gewitter Ja, was hat Gewitter? Äh, Unwetter eher Hm, was sind das? Ein Rum, ein Gebäude Ja, drei böse rote Punkte Let's go Oder möchte ich jetzt nicht hin, oder möchte ich... Nein, ich möchte das nicht hin The air's strange Like dropping into a deep cellar on a hot day And the mist Slow now, whoa Is that a big deal? Ouri, wie soll ich dichbig bei dir? Naja, ich hab ja gerade ihn quasi gerettet. Das ist jetzt nicht die Reaktion. So, machen wir hier wieder unseren Psychoflug. Und jetzt ist er voll easy drauf. Ja, es ist vorbei. All's past, never to be restored. I'll not forget that, ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village? Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, if you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. The sun was waning, see? And the dusk went crimson like blood. Oh, hier riecht er ab. I thought to myself, it's strange. The toads, I cannot hear them. Oh, Ax. Nein, irgendwas hat was. Of course we have to dood, we have to dood. How dare weett, taking them out. I don't know what happened there save terror through and through Hendrik screamed then he begged by the end he could do naught but moan great weren't here long the terrors yet the village froze like in the heart of winter you in that hut when they rode off no and I'll not set foot there never farewell and peace of mind to you hmm 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 Traces of ice around the footprints. Really? Maybe they missed something. Maybe they missed something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Hmm. Dann würde ich weitergehen mit den Stiefeln. Hat er Puts oder Puts? Puts. Puts. Na? Ja, gut. Ich glaube, ich sollte etwas Pferden machen. Aufgeschlossen. Hallo? Also, nachdem hier so Geisterpferde waren, die jeden gekillt haben und der hier drinnen gefoltert wurde, soll ich da runtergehen? Das finde ich ist eine gute Idee. Einfach fair, ne? Also, das war jetzt bestimmt mein Rucksack voll. Beziehungsweise mein Inventar. Lesen. Vermisst. Tamara Stanger. Tochter des blutigen Barons vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für diejenigen, der sie findet oder zurückbringt. Also, wenn ich sie nur finden muss und eine Belohnung kriege, ist das ja ganz gut. Ich höre Geräusche. Hm. Interessant. Ich mag aber Geräusche nicht. Alles klar, 108 Euro nehme ich immer mit. Ist hier vorne? Oh. Ein Hammer. Ich mach mal Licht, dann fühlt man sich automatisch sicherer. Oh nein, jetzt muss ich in die gruselige Tour gucken. Ich komm ja da nicht. Wie? Nee. Ja. Ein Lager. Ein Payment für eine Sack von Graben. Ein Lager für ein Charcoal-System. Hendrik war als Merchant. Was ist das? Was ist das? Ein Lager für die Lager? Ein Lager. Ein Lager. Interessant. Interessant. Ein Lager. Schau mal. Missing and Wanted. Subject appeared in Skelliga. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair. Scar on her face. Avoid contact with others. Wer das wo sagen könnte. Wer das wo sagen könnte. Drunken Swine. So-called Baron hosted Subject in his Castle. Or should I say, illegally appropriated Fort. Reason unknown. Talked to Baron at Crows perch. Clashed with a Witch. Subject landed in Swamp. I've encountered a Witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the Witch. Talk to the Peasantry. Village of Midcops. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling Signs. Ich mag die Ansicht von hinten nicht. Weil. Bis hinter uns kommen könnte. Jetzt taucht da gleich was auf. Ist er jetzt was böses hinter mir? Wahrscheinlich der Fall zu sein. Na gut. Und. So. Neu Quest. Blutiger Baron. Na ich würde mal gerne hier was zu essen finden oder so. Aber. Die haben ja alle nix. Hm. Jetzt müssen wir wieder weit reiten. Gibt es da nicht noch hier irgendwas vor Ort was interessant ist? Geht es, ein bisschen wo immer vor Ort ist. Kommt ihn nicht dafür vor Ort. Kannst du trotzdem noch mal hier sein? Geht es das nicht? Das war's für heute. Geht es ein Mist. Geht es in der Fall. Geht es mit einem Mist. Geht es hier nicht. Ich bin kurz. Ich bin ziemlich weit. Ich bin. Ich bin, die ist... Also da muss ich ja hin zu diesem Turm, also zu diesem alten vermöglichen Turm. Wollen wahrscheinlich nicht rein, ne? Wollen wahrscheinlich nicht rein, ne? Na ne? Na ne? No gut Da war ein Zonenweg Na jupa Was hier da eigentlich, wenn ich die Pferde aus Dauer aufbauche? Das hab ich bisher auch noch nie... Oh, was ist denn hier los? Äh... Am Level 7 Ich glaub, die sind zu hoch für mich Eieiei Au! Äh, Autsch! Ja, äh, dieser Fall sollte mir Verwarnung sein Dann schaffst du immer zum Spät und zappen Weil ich ein paar mehr Level habe Jetzt halten wir das mit so einem schönen Wetter entgegen Ui, und eine Burg Die Burg des blutigen Barons Go, go Ja, dann werden wir jetzt mal hier reingehen Und schauen, was uns dort erwartet Und das seht ihr natürlich im nächsten Video Bis dann, ciao!